Oh, Herr Müller kocht heute feines Gulasch. Oh, ich liebe Gulasch. Gleich mal eintragen. Aber warum steht da Spamm? Und warum führt der Link zu einer Por... Schon gelesen? Herr Müller kocht heute sein berühmtes feines Gulasch. Da bin ich sowas von dabei. Vertretung, Dr. Bauer. Hier ist Dr. Bauer. Sie müssen sofort die komplette Belegschaft wahren. Herr Müller ist ein Trojaner. Sicher? Ich hab mich auch schon eingetragen. Es gibt kein Gulasch. Es gibt noch nicht mal einen Herrn Müller in der Firma. In jeder Firma gibt's einen, Herr Müller. Sie müssen unbedingt das Notfallprotokoll für mich einleiten. Bitte bewahren Sie Ruhe und schalten Sie Ihren PC aus und wieder ein. Das löst in der Regel die Hälfte aller Probleme. Ach, Mist. Ich hab's euch auch gesagt. Die IT gehört nicht ins Homeoffice. Wikinger ist zornig. Da lässt man euch Kinder für einen Tag allein. Jeder PC im Netzwerk ist gefallen. Sie müssen tatsächlich werden. Dr. Bauer. Jeder PC. Ach, leg mich da an. Oh, 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 oh.